Stil, Hunde, Futter. Oh Gott, das ist besser. Oh, das war einmal zu viel. Shit. Ich geb auch immer zu viel aus, ne? Aber es litzt sich auch. Guck mal, es litzt sich jetzt komplett auf. Sehr gut. Nice, der Scheiß. Ja, genau, Joe. Da befinde ich mich gerade. Ich glaub mir, wenn irgendwas ansatzweise das Geld rausbringen würde, was ich jetzt verdiene... Boah, ich würd kündigen, glaub ich. Ich werd zu alt dafür. Möglich ist alles, sagt der Sieg. Aber guck mal, wenn wir die meisten Orte schon einmal bereist haben, kann die auch eine Schnellreise hinmachen. Tschö, wir sind ein großes Gebäude, ne? Tschö, wir sind ein super Mutant. Scharmützler! Ja, ich hab nie auf dich geschossen. Du hast es falsch verstanden. Und das ist noch einer. Beine in die Hand. Ach, nicht so schellig. Wie schnell ist denn hier angekommen? Granate, Granate. Jonderkampfwaffe? Der ist nicht tot. Au! Oh, ich hab verfehlt. Fast eine Fingerverrenkung, um an die andere Waffe zu kommen. Weg, 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 ein blauer Teufel. Ein blauer Teufel. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Jungs, lass dich! Ich bin das nächste Opfer, wenn die zwei sterben. Ich hab sie umgebracht. Danke, blauer Teufel. Ich bin gar nicht gesehen. Warum ist denn jetzt der Server kaputt? Mein Internet geht doch noch. Das war ja richtig Panik-Sie. Oh Mann, ey. Ey, der eine hat noch volle Energie. Der war bestimmt voll im Fight mit dem. Boah, das ist jetzt schon das zweite Vieh, was uns da fasst, ne? Nein, das erste hat uns überrascht. Wo bin ich denn jetzt? Okay. Ne, ich bin wohl hier. Hallo? Oh, die hab ich doch nicht. Bin doch irgendwo hier oder nicht? Wow. Nicht dein Ernst. Ja, also wir könnten einen Schrottplatz wieder für uns, ähm, hier, ne? Unter Beschlag nehmen. Wir können es aber auch sein lassen. Mit dem Ding können wir eh noch nichts anstellen. Aber lasst mich doch in Ruhe. Oh, oh, hier liegt Essen. Oh, schmeckt der zwar ein bisschen, ne? Was, bin ich schon wieder überladen? Habe ich auch noch keine Lust mehr, ein festes Lager einzurichten. Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf, Jut. Dank fürs Dabeisein. Und erhol dich, ne? Komm mal gut ins Wochenende. Falls du Samstag nicht raus musst. Koffe nicht für dich. Ich laufe jetzt bewusst nicht an der Straße. Ich will das nicht. Ich glaube, die großen Viecher warten immer an den Straßen. Oh, ist das die leergeschossen war? Da hat sie das Spiel behalten, ne? So, warte mal. Wir haben noch Karten gehabt, ne? Nein, 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 nein. Nicht. Bin ich da drauf gekommen? Das Kapport kann weg. Ablegen. Das ist überladen, deswegen. So, wo ist der da? Da ist er. Ich bin doch mal geschossen. Ich bin doch mal geschossen. Gebt mir doch eine andere Waffe. Was heizt ihr? Ich häng' fest. Mann! Wieso hängt man hier überall fest? Au! Scheiße, ich bin verletzt. Scheiße, ich bin verletzt. da haben wir noch nicht alle, ne? Scheiße, ich bin verletzt. Okay, da müssen wir rein. Ich würde mal gerne meine Waffen verbessern, ne? Die haben überhaupt keine Durchschlagskraft mehr. Zumindest nicht gegen die großen Gegner hier. Was bewegt sich hier bei mir? Kommt wieder nach vorne. Ich hab nix gemacht. Ja, sicher, du hast mich gesehen. Klar. Cheater, ey. Ich hatte jetzt ein Messer. Ich hatte jetzt ein Messer. Oh, ein schlechter Wurf. Ich habe jetzt ein Messer. Ich habe jetzt ein Messer. Ich habe jetzt ein Messer. Hi. Oh, der hat den Schlüssel gehabt. Sehr gut. Was ist denn überall hin? Tausend Ziele hier. Ach, jetzt nehme ich die Schattenzigarette mit. Ich dachte, der wäre Muni. Nee, schmutziges Wasser trinken wir mal nicht hier. Ja. Nein, nein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020